hallo und herzlich willkommen zum neuen video es ist heilig abend wir müssen auch heute das adventskalender türchen öffnen und beginn macht ja der erste penny adventskalender da ist das türchen und man sieht das türchen ist viel größer als die schokolade das ist halt der weihnachtsmann so hier sind wir beim zweiten penny adventskalender da ist da das türchen auch hier ist türchen viel größer als die schokolade und da kommt dasselbe hervor der weihnachtsmann so hier bei den minions da wisst ihr ja noch dann gab es sowohl einen aldi als auch einen penny und ich habe ja auch einen penny da ist da unten das türchen man kann es nicht erkennen es ist aber ein engel und ich mal dulden so hier bei dem kaufland adventskalender da ist da das türchen auch hier ist das türchen viel größer als die schokolade und auch hier kommt der weihnachtsmann zum vorschein bei dem häusler adventskalender ist da das türchen da ist mehr schokolade drin ins verhältnis gesehen wie links hier kann man es auch schon sehen so hier sind wir bei dem aldi adventskalender da ist das türchen und da kommt ja auch der engel zum vorschein dann sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da frohe weihnachten soweit es geht